ARD Text im Auftrag von Funk Die Türen sind abgesperrt. Quatsch. Ich würde es jetzt mal echt nicht so sehen. Und dann stellen wir uns das Ganze doch eigentlich eher mal ein bisschen vor wie Urlaub oder so. Und ich will jetzt mein Handy wieder haben. Ich muss nur mit der Familie sagen, dass es mir gut geht. Ja, weißt du was? Mach dir einfach keine Sorgen. Ich liebe dich. Ich... ich mach Schluss. Ein bisschen Botox in die Lippen rein, wäre nicht schlecht. Hier so ein bisschen Fett absaugen. Brüste ein bisschen höher. Jojo? Denkst du das Gleiche, was ich gerade denke? Ich kreiere gerade die heftigste Partydroge ever. Wir könnten ja baden gehen. Habt ihr keine Badesachen mit? Nein. Wir können ja einfach... Sieht das einfach nicht. Das ist feinstes Urin. Trink das so auf Ex. Vertrau mir. Heute ist Silvester und ich dachte, das könnten wir alle zusammen ein bisschen mit einer großen Fede feiern. Voll gut, Hede. Oder? Ja. Weißt du, ich hab einfach anhand meiner Eifersucht gemerkt, dass ich... dich brauche. Der ist ja ganz schwarz, wie er leidet. Fokus! Nice! Nice! Wo ist Jojo? Mach deine Augen auf! Mach deine Augen! Was ist denn? Was ist mit deinen Augen passiert? Hey, Nela. Möchtest du mir... Das ist scheiße! McLary!